Ach, Jerry, naja, der konnte heute nicht mitkommen. Ah, schon ein kleiner Splasher, hm? Ja, aber er sagt, du bist ein Verlierer geworden. Also er hat gesagt, bei dir ist nichts mehr los. Naja, hier auf dem Berghof läuft nichts. Na, das kann ich mir vorstellen, aber du feierst doch geile Partys, oder? Das kommt schon mal vor. Boah, ist kalt bei dir. Na gut, ich hole mal mit Decke, hm? Hallo, Charlie, Charlie. Oh Gott, wer sind Sie denn? Möchten Sie was zu essen abhaben? Hallo, Charlie. Hast du wieder eine kleine, guten Tag. Hast du wieder, guck mal hier, du hast was vergessen. Darf ich vorstellen, das ist die Brünette Notte. Ach so, Sie sind seine neue Freundin, ne? Ja, dann geht mal her. Ah, Mann, lass uns Ruhe jetzt. Mal einen kleinen Party veranstalten und du kommst da between. Ah, naja, aber, hm, geile Kirschen. Ich hab gedacht, wir machen ein, na, ich geh jetzt sowieso nach Hause. Hm, sie, sie geht jetzt nach Hause. Wieso geht sie nach Hause? Ich dachte, mach einen schönen Dreier. Äh, hm. Daht sie sich nach Hause... Ja, ich glaub einen schönen Dreier. Ja, das großartig ist nicht... Vielen Dank.